Die Firma Eisenhut gibt es seit über 60 Jahren. Wir sind knapp 70 Mitarbeiter beschäftigt, die in den Bereichen Werkzeugbau, Brennstoffzelle, alternative Energien und Spritzguss jeden Tag Werkzeuge bauen, Teile fertigen und die in die ganze Welt liefern. Die Bipolarplatte ist eine der Hauptbestandteile der Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle kommt unter anderem in wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen oder LKWs zum Tragen. Aktuell ist die Herstellung der Bipolarplatte sehr aufwendig und teuer und da letztendlich bestand unsere Aufgabe drin, das Ganze mit vorhandenen Technologien deutlich wirtschaftlicher herzustellen. Wir erstellen das Ganze im Spritzguss, auf vorhandenen Maschinen mit selbst entwickelten Material und selbstgebauten Werkzeugen. Das Ganze wird dadurch deutlich kürzer im Zyklus und somit wirtschaftlicher und am Ende des Tages sichert diese Innovation den Standort und schafft auch neue Arbeitsplätze.